Die meisten Straftaten haben aber wegen Beschaffungskriminalität begangen. Ich habe mich einfach nur noch minderwertig gefühlt. Weil ich Angst habe davor zu scheitern. Am besten würde ich es halt finden, wenn mein Papa einfach sagen könnte, ihr könnt sein, wie ihr wollt. Wenn man einen Berg beschreibt, dann verändert einen das. Vor allem die Höhenmeter sind ja extrem. Ich war halt immer mein einziger, brauchte auch nie Hilfe, obwohl ich die gebraucht hätte. Eigentlich wollte ich kämpfen. Schaffen wir! Ich will die Höhenmeter. 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 Vielen Dank.